Die Überraschungspartie Hey Freunde, kommt mal alle her! Was ist denn Tim? Liebe Freunde, ich lade euch zu meinem Geburtstag ein. Ich werde heute zehn Jahre alt. Ich bin schon woanders eingeladen. Ach schade, ich kann auch nicht. Meine Tante aus Amerika kommt heute zu Besuch. Ich kann auch nicht. Ich habe Hausarrest. Es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ich habe Klavierunterricht. Ich bin ein bisschen schläfrig. Es tut mir leid, ich habe wichtige Hausaufgaben. Schade. Ja, du weißt, was zu tun ist. Okay. Tim, warte mal. Was ist denn? Ich brauche deine Hilfe. Na gut, mein Geburtstag fällt sowieso aus. Danke, Tim. Die Luft ist rein. Ich mache Licht an. Los, wir müssen uns beeilen. Tim kommt gleich. Danke, dass du mir geholfen hast. Ach, Mathe ist doch leicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich komme mit. Hier ist es aber dunkel. Dann mache ich mal Licht an. Hä? Was ist denn hier passiert? Happy Birthday! Ein Film von Luna, Annemarie, von Till und von Luis.